Diese Geburtsjahrgänge können 2024 in Rente gehen. Wann kann ich in Abhängigkeit mit meinem Geburtstag im Jahr 2024 erstmals in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2023 ist schon wieder Geschichte. Wir haben heute den 3. Januar 2024. Das Jahr 2024 ist sozusagen ganz jung da und vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, das richtige Moment für Sie, soweit es noch nicht im Jahr 2023 bei Ihnen geschehen ist, sich einfach mal zu orientieren und zu prüfen, ob und wann Sie im Jahr 2024 in Rente gehen können. Und in diesem Video, das können Sie sich gerne anschauen, sagen wir Ihnen, wer im Jahr 2024 erstmals in Rente gehen kann und wie hoch eventuell Rentenabschläge ausfallen können. Bevor es aber so richtig losgeht mit den Altersrenten, noch mal was zum Rentenbeginn zu sagen. Renten werden immer ab dem Monat gezahlt, der auf dem Monat folgt, in dem man das maßgebliche Lebensalter vollendet. Hört sich ziemlich komplex an, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Machen wir mal ein Beispiel. Wer am 15. Juni 1961 geboren wurde, vollendet das 63. Lebensjahr am 14. Juni 2024. Die Altersrente für langjährig Versicherte, die kann man ja grundsätzlich frühestmöglich mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch nehmen. Die würde dann in unserem Fall für unseren Versicherten am 1. Juli 2024, das ist der Monat, in dem es auch die Rentenerhöhung gibt, dann losgehen. Eine Besonderheit gibt es auch bei den Personen, die am 1. eines Monats, also tatsächlich immer am 1. eines Monats geboren wurden. Sie vollenden das maßgebliche Lebensalter rein rechtlich gesehen bereits im Vormonat. Beispiel, wer am 1. April 1961 geboren wurde, vollendet das 63. Lebensjahr am 31. März 2024. Und der oder die könnte die Altersrente für langjährig Versicherte, das ist die mit dem 35-Jahren Wartezeit, dann schon zum 1.04.2024 erhalten. Das ist kein Aprilschatz. Wer aber hingegen am 2. April 1961 geboren wurde, kann erst zum 1.05.2024 diese Altersrente in Anspruch nehmen. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, wer im Jahr 2024 in Rente gehen kann. Los geht es mit der Regelaltersrente. Die Regelaltersrente ist in Deutschland die am meisten beantragte oder beanspruchte Altersrente. Und für die brauchen wir letzten Endes wirklich nur 5 Jahre Wartezeit. Das sind 5 Jahre Beitragsjahre. Ja, das sind 60 Kalendermonate, Beitragsjahre, meine Damen und Herren. Und die Rente hat grundsätzlich keinen Abschlag. Das merken Sie sich bitte, Regelaltersrente kann niemals abschlagen. Dafür erhöht sich aber das Alter, ab dem man die Regelaltersrente erhalten kann. Und zwar Jahrgang für Jahrgang. Im Jahr 2024 erreichen alle Personen, die die Regelaltersgrenze zwischen dem 1.1.1958 und dem 1.12.1958 geboren wurden. Also alle die Leute erreichen im Jahr 2024 die Regelaltersrente. Wer am 2.12.1958 geboren wurde, kann erst zum 1.1.2025 die Regelaltersrente in Anspruch nehmen. Denn die Regelaltersrente ist für den Geburtsjahrgang 1958 genau Vollendung 66. des Lebensjahres. Wer am 2. Mai 1958 geboren wurde, kann die Regelaltersrente ab dem 1. Juni 2024 erhalten. Fällt der 66. Geburtstag nach dem 1.12.2024, dann geht es mit der Regelaltersrente erst zum 1.1.2025 los. Wer am 1.12.1958 geboren wurde, der kann auch noch tatsächlich im Dezember 2024 die Regelaltersrente beanspruchen. Dann die zweithäufigste beanspruchte Rente in Deutschland, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Schauen wir uns das mal an. Wie geht es da los? Erstens, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte hat wie die Regelaltersrente keinen Rentenabflag. Diese Altersrente kann aber bereits deutlich früher als die Regelaltersrente gezahlt werden. Sofern man im Laufe seines Erwerbslebens mindestens 45 Jahre Wartezeit, oft auch 45 Beitragsjahre nachweisen kann. Und das maßgebliche Lebensalter für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte im Jahr 2024 erreicht. Ja, also man muss auch tatsächlich im Jahr 2024 das entsprechende Lebensalter erreichen. Und das ist für die Geburtsjahrgänge 2.10.1959 bis zum 1.August 1960. Die Leute können dann im Jahr 2024 erstmals die Regelaltersrente für besonders langjährig Versicherte beanspruchen. Die Altersgrenze liegt für Menschen, die 1959 geboren wurden bei 64 Jahren und zwei Kalendermonaten und die 1960 geboren wurden bei 64 Jahren und vier Kalendermonaten. Also nichts mit dem Märchen, dass man mit dieser Rente, also dass man mit 63 Jahren mit dieser Rente abschlagsfrei in Rente gehen kann. Das ist rechtlich überhaupt gar nicht möglich. Eine am 2.10.1959 geborene Person erreicht das maßgebliche Alter somit am 1. Dezember 2023, sodass die Rente dann ab dem Folgemonat ab Januar 2024 bezahlt werden kann. Zahltag ist ja meistens dann immer der oder Ende des Monats 20, Ende Monat Januar 2024. Wer am 1.8.1960 geboren wurde, kann sich auf den Rentenbeginn zum 1.12.2024 freuen, denn er oder sie vollendet am 30.11.2024 das 64. Lebensjahr und vier Kalendermonate und kann dann tatsächlich noch dieses Jahr am 1. Dezember 2024 in diese abschlagsfreie Rente gehen. Als dritte Rente, große Altersrente, kennen wir die Altersrente für langjährig Versicherte. Die Altersrente für langjährig Versicherte ist aus meiner Sicht, was die Berechnung des Rentenbeginns anbetrifft, doch relativ einfach. Denn die erstmalige Altersgrenze bei der Altersrente für langjährig Versicherte liegt nach dem Gesetz bei Vollendung des 63. Lebensjahres. Also wer 63 Jahre erreicht hat und 35 Jahre Wartezeit hat, kann also auch im Jahr 2024 hier in diese Rente gehen. Daraus folgt aber, im Jahr 2024 kann jeder die Altersrente für langjährig Versicherte erhalten, der, wie ich schon gesagt habe, 35 Jahre Wartezeit erreicht hat und zwischen dem 2.12.1960 und dem 1.12.1961 geboren wurde. Bisschen komplizierter wird es jetzt aber beim Rentenabschlag. Wer sich für die Altersrente für langjährig Versicherte mit Vollendung des 63. Lebensjahres entscheidet, muss einen Rentenabschlag grundsätzlich in Kauf nehmen. Auch wird er den Rentenabschlag in der entsprechenden Höhe dann behalten, wenn er entsprechende Ausgleichsbeträge für die Minderung des Rentenabschlags bezahlt. Ein Rechnerisch bleibt der Rentenabschlag dann immer so bestehen, wie sie die Rente tatsächlich in Anspruch hat. Die Höhe des Abschlags ist wiederum vom Geburtsjahrgang abhängig. Bei jemandem, der 1960 geboren wurde und mit 63 Jahren in Rente geht, liegt der Abschlag bei 12%. Wer 1961 geboren wurde, muss schon 12,6% Abschlag in Kauf nehmen. Das ist richtig viel Geld, was man da eventuell verlieren kann. Last but not least die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist die Rentenart, die aktuell immer noch den frühestmöglichen Rentenbeginn eröffnet. Also nicht mit 63, sondern noch deutlich darunter. Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen steigt auch das Rentenalter Jahrgang für Jahrgang an. Das hängt mit den Rechtsänderungen der Regelaltersgrenze zusammen, die ja seit 2012 sozusagen bis in Zukunft, bis zum 67. Lebensjahr ansteigt. Schrittweise natürlich. Im Jahr 2024 können Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung ab Grad Behinderung 50, GDB 50 genannt, und 35 Jahre Wartezeit die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beanspruchen. Und zwar immer dann, wenn sie zwischen dem 2. April 1962 und dem 1. Februar 1963 geboren wurden. 1962 geborene Personen können die Altersrente für schwerbehinderte Menschen im Alter oder mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 8 Kalendermonate erhalten. 1963 geborene schwerbehinderte Menschen frühestens im Alter von 61 Jahren und 10 Kalendermonaten. Jetzt merken Sie sich bitte eins, alle diejenigen, die nach dem 31.12.1963 geboren wurden, können dann frühestmöglich mit Vollendung des 62. Lebensjahres in diese Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Dann gibt es diesen stufenweisen Anstieg nicht mehr. Dann haben wir praktisch 62 Jahre und dann als Endstufe 65 Jahre. Der maximale Abschlag bei dieser Altersrente liegt grundsätzlich immer bei 10,8%, wenn man den frühestmöglichen Beginn für sich, für diese Rente wählt. Für jeden Monat, den man dann später in Rente geht, bezieht man dann einen um 0,3 Prozentpunkte geringeren Abschlag. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass aus diesem Video erst einmal für Sie klar ist, ob Sie im Jahr 2024 zu den Personen gehören, die möglicherweise in eine Altersrente gehen können. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es bei Ihnen dann tatsächlich auch so wäre und Sie die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Damit das aber auch alles wirklich für Sie klar ist, holen Sie sich bitte von Ihrer Rentenversicherung eine Rentenauskunft ein. Bitte nicht die Renteninformation, sondern die Rentenauskunft. Die Rentenauskunft ist ein etwas dickeres Papier. Also nicht dicker, sondern dick in den Druckmaßen. Das sind so ungefähr zehn bis zwölf Seiten vorne und hinten beschrieben. Und inhaltlich können Sie aus dieser Rentenauskunft ohne Probleme erfahren, ob Sie die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen für die jeweilige Rentenart dann auch tatsächlich erfüllen. Das steht dann auch alles schön beschrieben in dieser Rentenauskunft. Meine Damen und Herren, ich freue mich für Sie, dass Sie alle das Jahr 2024 hoffentlich auch gesund und munter erreicht haben. Näheres zum Thema Rentenbeginn und Altersrente im Jahr 2024 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen ein rentenstarkes Jahr 2024. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Löppel. Ich wünsche Ihnen ein Rekord.